die heutige kleine geschichte bezieht sich auf die aufmermen zu diesem album hart auf hart mit peter schleicher peter schleicher singt rolling stones zu diesem anlass sind wir ins tirolis soundstudio zierl nach tirol gefahren und zwar so eingeteilt dass ich mit dem damaligen schlagzeuger alexander mikulitsch im auto nach tirol gefahren bin und 1979 war das noch nicht so mit offenen grenzen das heißt wir mussten zweimal die grenze überqueren um überhaupt nach tirol zu kommen ja und der ruf der musiker war damals bei grenzbeamten und grenzpolizei nicht sonderlich hoch im kurs wir kamen also an die grenze am walserberg und der eine grenzbeamte sieht ein schlagzeug im auto und wir sind rechts ran gefahren und es kamen zwei polizisten also in zivil kriminalpolizei das war wie im film der eine hat gut kommen bad cop und ich hab den gut cop ausgefasst und der hat gesagt na komm irgendwo wirst du schon was mit haben ich habe sicher nichts mit mein kollege weiß ich trinkt gern ein bisschen alkohol und das ist ja erlaubt jetzt glaube ich dir ja nicht dass nichts mit hast während der bad cop umgedreht hat und mit dem drogenhund kam das heißt auto ausräumen drogenhund schnüffelt 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 in mein handschuhfach und findet ein stückerl staniolpapier mit inhalt und ich war ruhig polizist hat schon schon böse geschaut dabei der gut cop hat böse geschaut und der gut cop hat gesagt ich hab's ja gewusst aber leider ein stückchen schokolade ist übrig geblieben das haben wir da drin gehabt alexander mikulitsch und ich durften die weiterreise antreten meine erste schallplatte auf der ich mitwirken durfte habe damals so ausgesehen mit dabei harry stoiker harry stoiker wahnsinnsgitarrist und willi gesierich hat das arrangiert also das waren rolling stones lieder die der peter schleicher ins deutsche übertragen hat also nicht nur übersetzt sondern einfach ins wienerische praktisch transferiert da gibt es dann so songs die ursprünglich jumping jack flash hießen der heißt dann der letzte fetzentandler von wien oder sie kann nimmermehr mother's little helper ruminate hat kassen play with fire oder heart of heart we love you also war sehr viel spaß dabei und dank unserer verständnis wollen grenzpolizei hat es dann auch stattgefunden